Doch auch das zweite Junge ist noch in großer Gefahr. Erkunden Sie mit uns das geheimnisvolle Leben der Eichhöl. Und vielleicht schauen Sie rein. Jetzt geht es um klingende Namen wie Doderer Fried Thorberg. Und vieles mehr. Und wir sind vom Sender weg. Wenn Sie mich... Okay, jetzt darf ich widersprechen. Ich habe gerade gehört, dass wir eine technische Störung hatten. Ich suche da um Entschuldigung. Aber ich glaube, jetzt müsste wieder alles passen. Jetzt fange ich noch einmal an. Es geht um klingende Namen wie Doderer zum Beispiel, Fried Thorberg und viele mehr. Ja, das ist ganz spannend. Dieses neuen Kriminalromans getroffen. Okay. Vielen Dank. Und jetzt sind wir zurückgekommen, um zu bleiben. Entschuldigen Sie, wir haben offenbar ein großes Leitungsproblem hier heute bei Guten Morgen Österreich. Es sollte wieder alles passen. Und ich freue mich, dass Sie uns auch treu geblieben sind. Wir gehen weiter in unserem Programm. Neben mir hat ein österreichischer Musiker Platz.